Das ist das einzige Video, welches du über Marketing sehen musst, in der Hinsicht auf, was ist Marketing überhaupt und wie vermarkte ich richtig. Und dann natürlich sollte man anhand dessen, wie vermarkte ich, seine eigenen Strategien anpassen und so weiter, was genau, beziehungsweise wie genau man das tut, erkläre ich euch jetzt sofort. Also, wir gehen als allererstes über Marketing. Was ist Marketing überhaupt? Marketing ist dafür da, um dein Produkt an den Mann zu bringen, ganz einfach gesagt. Also, du kannst hier sein, das bist du, beziehungsweise dein Produkt, mach Slash P, das bist du oder dein Produkt. Und du hast ein richtig, richtig geiles Produkt und hier sind, sage ich mal, jetzt deine, das sind alles deine Customer. Mach mal C, 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 das sind alles deine Customer, das heißt deine Kunden. Aber diese Kunden haben ein Problem und dieses Problem kannst du lösen. Das ist dann beispielsweise, weiß ich nicht, du verkaufst dir neue Jeans einfach, Jeans, die cool sind, die brauchen diese Jeans auf jeden Fall. Und im Endeffekt muss dein Produkt an diese Leute kommen, aber ohne Marketing wird es nicht passieren. Das heißt, es würde durch Zufall mal dazu kommen, dass einer von diesen Customern auf die Idee kommt, nach Jeans zu googeln. Oder nach irgendeinem Jeans-Shop zu suchen. Oder dich irgendwie random mal auf irgendeinem Post oder Beitrag irgendwo mal sehen oder Mundpropaganda irgendwie. Würde es mal zufällig dazu kommen, dass dieser eine Kunde dann dazu kommt, dass er dein Produkt kauft. Aber wir möchten natürlich ja nichts dem Zufall überlassen und wir möchten auch natürlich nicht, dass ein Kunde in zehn Jahren, sage ich mal, auf die Idee kommt, dann unser Produkt zu kaufen. Denn ansonsten ist unser Business unprofitabel, also wenn es so laufen würde und das möchte man natürlich nicht. So, deswegen müssen wir hier die Brücke aufbauen und das ist dann dein Marketingplan bzw. deine Art und Weise, wie du vermarktest. Und heutzutage ist es halt eben so, dass du für diese Zuschauer musst du einen gewissen Effort oder eine gewisse Value oder irgendwie Mehrwert oder bieten oder irgendwie das Interesse wecken. Und das tust du heutzutage meistens über zwei Pillars. Und das heißt, also auch nicht unbedingt nur heutzutage, weil viele machen auch noch Zeitung, Werbung und Free-TV-Werbung, also da gibt es genug Variationen, aber höchstwahrscheinlich, wenn du dieses Video schaust, bist du irgendwie im Service oder digitales Produkt oder du vermarktest halt irgendwie in den Shopify-Store oder was auch immer, E-Commerce, bist in diesem Bereich tätig. Das heißt, wir haben die zwei großen Pillars und das ist dann einmal organischer Content und Paid-Content. Das heißt, du hast einmal die Paid-Ads, wo du bezahlst, dass die Leute das sehen, das heißt, es wird gestreut und einmal hast du den organischen Content. Da kannst du nicht sicherstellen, dass du wirklich so viele Leute triffst. Hier ist es, du bezahlst dann beispielsweise 100 Euro und es wird auf jeden Fall jedem einzelnen Customer hier angezeigt, hundertprozentig. Aber beim organischen Marketing kann es dazu kommen, dass du eben nicht alle triffst, sondern vielleicht nur zwei, weil du eben nicht, sage ich mal, das Video gut genug gestaltet hast. Der Algorithmus hat nicht mitgespielt, dein Video war nicht ansprechend genug und so weiter. Dann erreichst du nur zwei von diesen Kunden. Und deswegen haben wir organischen Content. Das sind Short-Form-Videos, Long-Form-Videos, alles, was mit dem Internet zu tun hat. Blogschreiben, Featured-Posts und so weiter. Und bei Paid-Ads ist es, sage ich mal, genau dasselbe, dass du auch da bezahlen kannst, dass du irgendwo gefeatured wirst. Bezahlen kannst für einen Shoutout, bezahlen kannst, dass deine Marke irgendwo repräsentiert wird, dass jemand deine Marke trägt, irgendeinen Influencer oder sowas. Oder halt, dass du einfach nur Ads schaltest, dass über die Plattformen wie Instagram und TikTok und YouTube und so weiter, Google Ads generell, dass du hier dann diese Customer erreichst. Das ist im Endeffekt Marketing. So, und du musst einfach nur noch, sage ich mal, es so gut gestalten, dass du diesen Content hier so ansprechend machst, dass die Käufer gar nicht mehr anders können, als es einfach, sage ich mal, zu kaufen. So, dass die Leute kommen dann darauf und darauf, einfach jetzt grob geschrieben, die kommen dann generell in den Marketing-Dingens und dann kommen die auf deine Seite und werden dann auf deiner Seite dann geclosed, beispielsweise verkauft, kaufen dein Produkt, was auch immer. Aber die Frage ist jetzt, wie bringe ich dieses Produkt an den Mann? Weil da, sage ich mal, haben viele eine Misconception für, denn viele Leute versuchen, ich mache das mal eben weg, damit ihr das auch besser versteht, ich schreibe das ein bisschen auf. Viele Leute versuchen, ihr Produkt überspitzt darzustellen. Das heißt, wir haben jetzt hier das Produkt und das ist dann, wie gesagt, dein Produkt, ich mache jetzt P und das ist dann deine Jeans, beispielsweise. Du hast deine Jeans und du möchtest sie an den Mann bringen, an den Customer. Der Customer will diese Jeans haben, aber du bist nicht der Einzige, der Jeans verkauft. Also, hier sind noch andere Produkte, die in Frage kommen würden. Und dann bist du in einem Funnel von diesem Typen, beziehungsweise im Auswahlverfahren, dass dieser eine Customer die Möglichkeit hat, von etlichen verschiedenen Anbietern eine Jeans nicht zu kaufen. Oder irgendein anderes Produkt, irgendein anderes Produkt, scheißegal, was es ist. Er hat die Möglichkeit, sehr, sehr viel dazu machen. Aber jetzt muss dein Produkt so ausschlaggebend sein, mache ich mal jetzt mit einer roten Farbe, dass dein Produkt aus dieser kompletten Menge hier einfach raussticht. Und das ist, so gesehen, der heilige Gral. Das ist die beste Jeans, die es gibt. Die hat Geilenstoffe, was auch immer. Und das musst du dem Kunden irgendwie klar machen. Und viele Leute haben da das Problem, weshalb sehr, sehr viele Unternehmen nicht langlebig sind, sondern, sage ich mal, schnell einmal so einen kleinen Höhenflug haben und dann wieder untergehen. Weil meistens das Problem passiert, dass sie ihr Produkt überspitzt darstellen. Das heißt, du hast im Endeffekt dann deine, du hast hier deine Jeans, dein Produkt, was auch immer. Und der Customer will es haben. Und der Customer sucht nach der Jeans, die beispielsweise, weiß ich nicht, ein paar Seitentaschen hat, was auch immer. So, und dann, obwohl deine Jeans keine Seitentaschen hat, promotest du sie, als hätte sie eine Seitentasche. Das ist jetzt, wie gesagt, ein dummes Beispiel, aber das ist ein besseres Beispiel, damit ihr es einfach versteht, kurz um da zu überschneiden, ist Porsche Cayman S, komm jetzt in die WhatsApp-Gruppe und du wirst nach einem Monat, wirst du 10k gemacht haben, was auch immer. Also, das ist eine überspitzte Aussage. Das kann mal passieren, vielleicht, also wirklich im, sage ich mal, im wenigsten Falle oder die Chance ist extrem gering. Aber, die Chance besteht und die Leute werben aber damit. Aber es ist nicht der Regelfall für alle. Und deswegen versuchen sie, das dann auszunutzen. Und, wie gesagt, überspitzen diese Aussagen und machen sie so extrem attraktiv, dass du gar nicht mehr anders kannst. Das ist, als ob ich sagen würde, meine Jeans ist so krass. Davon, nach diesen Jeans, also hier ist dann mein Marketing. Und mein Marketing-Konzept besteht daraus, sage ich mal, Leute anzusprechen in jüngerem Alter, weil sie wollen Baggy Jeans tragen, Streetwear, was auch immer. Und dann kommt hier hin, in meinem Marketingplan ist dann beispielsweise, erster Punkt, Frauen. Ja, wenn du diese Jeans trägst, werden 20 Millionen Frauen, sage ich mal, darauf aufmerksam finden, das geil. Das ist momentan auch so eine Szene in der Parfümbranche. Oh mein Gott, dieser Geruch, der ist so gut, der ist so super. Der hat mich richtig angemacht. So heftig angemacht hat mich mein fester Freund in den letzten drei Jahren nicht wie mein Arbeitskollege, wo er einfach nur den Duft getragen hat. Also, das sind so übelst extreme Aussagen, um halt die Leichtgläubigkeit einfach auszunutzen. Und es gibt halt dann auch so ein paar spezielle Kandidaten, die dann auch darauf reinfallen und das dann letztendlich auch kaufen. So, aber das ist etwas, was nicht langlebig ist. Die Leute werden das belächeln. Das ist kein Marketing, was langlebig ist, weil du dir damit keinen geilen Ruf für dein geiles Produkt aufbaust, sondern einfach nur irgendwelche random-ass Aussagen triffst, damit du irgendwie deinen Schrott verkaufen kannst. Das ist auch genau dasselbe wie dann, wenn Leute dann anfangen zu sagen, ja, ich bin so Millionär geworden, kauf jetzt meinen Kurs hier und dies und blau und jenes und dann wirst du auch Millionär und du wirst auch wie ich sein, du wirst der Biggest Baller. Ja, das sind alles überspitze Aussagen. Es kann passieren, dass du damit Geld verdienst, was auch immer, aber es sind im Endeffekt einfach nur extreme Aussagen, die einfach nur einen Impuls auslösen sollen. Impuls. Und das ist, dieser Impulskauf ist das Problem, sage ich mal, was dann bei diesem, ich würde sagen, unehrlichen Marketing passiert, weil diese Person sieht das Marketing und die sieht dann, oh, ich kriege dadurch Frauen. Zweiter Punkt ist, alter, die Jeans, die kannst du tragen, die kann dein Opa, die können deine Enkelkinder noch tragen. Also die Jeans ist 100 plus Jahre sicher. Du kannst die 5000 Mal waschen, ist kein Problem, so nach dem Motto. Dann dritter Punkt, keine Ahnung was. Mit dieser Jeans, alter, im schlimmsten Fall kannst du eine Reißleine ziehen und dann wird das auf einmal wie so eine Schwimmweste, so beispielsweise. Einfach, wie gesagt, extreme Aussagen. Und er denkt sich, boah, krass, alter, heftig, übelst kranke Jeans, die brauche ich. Und dann kauft er sich die Jeans und ich lösche das hier mal raus. Er kauft sich die Jeans, so, die kommt bei ihm an und der Customer denkt sich jetzt, oh, fuck, ich habe jetzt die Jeans und ich bin jetzt schon irgendwie fünfmal damit rumgelaufen und mich hat noch keine Frau angesprochen. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, hier den Faden zu ziehen und dann, keine Ahnung, oder das Seil zu ziehen und dann bläse ich meine Hose auf, damit ich nicht im Wasser ertrinke oder keine Ahnung was. Und scheiße, das Produkt ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Was passiert dann? Und dann, diese Verbindung vom Customer zum Produkt fällt weg, weil der Customer kommt nicht wieder zurück oder ist auch nicht, sage ich mal, davon überzeugt, weil er sieht, oh, fuck, ich wurde gescannt. Im schlimmsten Fall schickt er sie sogar zurück und dann hast du Retoure oder beziehungsweise halt einen Close, der einfach wieder zurückgezogen wurde. Das heißt, du hast dann 1000 Euro verdient, was auch immer es ist oder 50 Euro für eine Jeans und hast im Endeffekt, dann musst du das Geld zurückgeben. So ergibt auch keinen Sinn. Und dieser Customer wird nicht mehr zurückkommen. Diese Verbindung ist weg. Er ist weg. Und im schlimmsten Fall geht dieser Customer dann zu einem Portal, egal wo du verkaufst, ob es jetzt Amazon ist oder als Service und Produkt, Trustpilot oder was auch immer es ist und er macht dann ein von 5 Sternen, weil du hast mich verarscht. Und das wird wiederum auf dein Produkt hinzugefügt und dadurch wird die Connection von dem nächsten Customer zu deinem Produkt nicht mehr so stark sein, weil dieser Customer könnte, falls er, sage ich mal, ein bisschen mehr nachdenkt und so weiter, geht er erstmal auf die Bewertung und schaut dann, ob er es will. Dann sieht er diese Bewertung und kauft das Produkt dann letztendlich nicht mehr, weil du vorher Aussagen getroffen hast, die nicht der Wahrheit entsprochen haben und dadurch die Leute getriggert waren, die eine schlechte Bewertung geschrieben haben. Dann kommen neue Customer, die schauen sich die Bewertung an, die Bewertungen sind scheiße und dann kommst du auch niemals dazu, dass dieser Customer das Produkt kauft. Das heißt, jetzt hast du alles, was du gemacht hast, ich lösche mal nochmal raus, damit man das auch wieder besser verstehen kann. Hast du alles, was du gemacht hast, dein ganzer Effort, das Geld, was du vielleicht ausgeben hast, für die Paid Ads, also generell das Marketing, weil die Leute, die Customer werden ja dadurch auf dein Produkt aufmerksam, gehen dann darauf, du hast dann hier entweder Zeit und Geld investiert, um organisches Marketing zu produzieren oder Zeit und Geld investiert, um Paid Ads zu schalten und dann kommt es hier hin, die Leute werden auf dein Produkt aufmerksam und dann kommt dein Produkt entweder hier sofort oder wie gesagt, erstmal kommen die dazu, dann deine Bewertungen zu checken und dann erst auf dein Produkt. Und wenn der Customer sich dann dazu entscheidet, nachdem er hier war, erstmal die Bewertung zu checken, dann wird dein Produkt nicht verkauft. Manchmal passiert es natürlich trotzdem, dass ein Customer nicht die Bewertungen anschaut oder nicht auf die Bewertungen hört, weil Bewertungen heutzutage auch ein bisschen rigged sind, weil viele auch Fake-Bewertungen haben und viele einfach nur Müll da reinschreiben und haten und was auch immer. Deswegen sind Bewertungen, sage ich mal, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, mehr oder weniger, leider für viele Leute oder viele Leute sind sich darüber gar nicht bewusst, sind kaufsüchtig und wollen einfach sofort kaufen und einige werden halt eben nicht auf deine Bewertungen aufmerksam und kaufen dann einfach sofort dein Produkt trotzdem. Aber vielleicht sind das dann die Nächsten, die dann eine schlechte Bewertung schreiben. Auch wieder das Thema. Also, es ist generell einfach nicht langlebig, wenn du Scheiße machst. Wie machst du es jetzt aber richtig? Also, wir haben jetzt wie gesagt behandelt, was überhaupt Marketing ist, wofür es ist und wir werden jetzt versuchen zu erklären, wie du vermarkten solltest. Und zwar solltest du eine Verbindung aufbauen, eine Assoziation aufbauen, die auf wahren Begebenheiten beruht. Das heißt, versuch nicht dein Produkt irgendwie besser darzustellen, als es ist. Weil wenn du versuchst, dein Produkt besser darzustellen, als es ist, dann ist dein Produkt ja höchstwahrscheinlich scheiße. Dann musst du an dein Produkt fallen. Denn das beste Marketing ist sowieso ein gutes Produkt. Weil ein gutes Produkt sorgt dafür, dass Kunden zufrieden sind. Dadurch kommt dann Mundpropaganda und dies und blau und jenes. Leute testen, probieren es, teilen es. Und dadurch kriegst du automatisch Traffic, wenn es wirklich geil ist. Aber wenn es ein scheiß Produkt ist und du versuchst, es irgendwie schön zu reden oder gut zu machen, dann wird es, wie gesagt, irgendwann mal, also du wirst einen Höhenflug haben und dann ganz tief abstürzen. Weil im Endeffekt dein Unternehmen dann darunter leiden wird, längerfristig. Und dein Ruf und allem. Und das ist dann sehr, sehr schwer wieder im Endeffekt reinzuwaschen. Also müsst ihr euch da wirklich drüber bewusst sein. Also, wie vermarkte ich jetzt? Wir haben jetzt hier unser Produkt. Und wir haben hier unseren Customer. Du musst es jetzt schaffen, dein Produkt ehrlich und mit deinem Standing, mit deinen Markenwerten, mit deinem Branding, mit deiner Markenidentität, mit deiner Markenpersönlichkeit, musst du es jetzt schaffen, irgendwie hinterrücks so gesehen an den Customer dran zu kommen. Ohne überspitze Aussagen zu treffen. Aber das ist trotzdem Kreatives. Weil ich könnte jetzt erzählen hier, ja, Superior Life ist super geil. Und wir haben da dies und wir haben da das und wir haben da jenes. Keiner würde zuhören, du würdest abschalten. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, wie man das geil darstellen kann. Und da habe ich ein richtig geiles Beispiel von den Bauligs. Deswegen da, Grüße gehen raus an die. Das ist mir sehr stark im Kopf hängen geblieben. Und zwar haben die damals eine Kampagne gefahren, beziehungsweise haben eine Kampagne aufgesetzt. Goat of Koblenz oder Goat of Marketing oder sowas. Also die Bauligs generell betiteln sich ja als die Goats von heute in der Unternehmensberatungsschiene oder was auch immer. Und haben da dann richtig geiles gemacht, weil die es immer sagen. Die beweisen es auch mit Zahlen und dies und bla und jenes. Das heißt, die haben da auf jeden Fall was auf dem Kasten. Und anstatt dann einfach zu sagen, ja, hier, Marketing und das und wir sind die Krassesten, haben die es noch geiler gemacht, damit es im Gehirn hängen bleibt. Und die haben dann beispielsweise die Goat-Kampagne gelauncht, wo die einfach ein Goat genommen haben, also eine Ziege, da ihr Logo drauf gesprüht haben oder drauf gezeichnet, was auch immer. Und sind dann damit spazieren gegangen nach dem Motto. So, und dann war da halt eine Ziege, Goat, greatest of all time. Und danach da halt deren Logo drauf. So, und du hast damit sofort, also du hast sofort assoziiert damit, oh, geil. Im Endeffekt dann die Goats. So, und das ist jetzt im Kopf, ob die jetzt die Goats dann letztendlich sind oder nicht, sei für jeden selber zu entscheiden. Aber das war eine geile Kampagne, die sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat. Und im Endeffekt, ja, hängen geblieben ist. Deswegen erzähle ich euch auch jetzt gerade davon. Und das ist halt eben das Ding. Wie kannst du dein Produkt, was geiles, gut darstellen? Wenn du jetzt beispielsweise, weiß ich jetzt nicht, eine Jeans hast zum Beispiel. Du verkaufst eine Jeans, gutes Beispiel. Also kann auch Service-Produkt und alles kann es sein. Aber ich mache jetzt einfach mal eine Jeans. Du hast eine Jeans und für diese Jeans musst du natürlich dein Marketing machen. Aber du willst ja nicht einfach nur zeigen, jo, geile Jeans, kauft euch jetzt die Jeans, cool. Weil das wäre der direkte Weg und der wäre langweilig, weil da hast du 30, 40, 50 verschiedene Jeans-Anbieter, die dagegen konkurrieren und die sagen, beziehungsweise die viel, viel geilere Kampagnen fahren und deswegen deren Jeans einfach geiler aussehen. Das, was du aber machen könntest, wäre, um es ein bisschen so gesehen hinterrücks zu gestalten, wäre, ey, ich habe eine geile Jeans, die ist cool und ich zeige euch, wie ich damit ein Outfit zusammenstelle. Also nicht unbedingt, dass man sagt, ey, ich zeige euch, wie ich ein Outfit zusammenstelle, sondern einfach Outfits mit dieser Jeans und das wäre dann ein Weg, der ein bisschen dann von hinten kommt und nicht einfach nur stumpf, jo, guck mal hier die Jeans und es ist auch nichts Übertriebenes, wo du dann sagst, ey, meine Jeans ist die krasseste, damit machst du die krassesten Outfits, sondern du zeigst einfach sofort den Proof und zeigst, ey, ich habe eine geile Jeans und damit hast du ein geiles Outfit und du kannst sie auch auf 30, 40, 50 anderen Wegen kombinieren und so kannst du das dann machen, beispielsweise. Oder wenn wir jetzt beispielsweise davon ausgehen, wir gehen jetzt einfach mal aus von Superior Life, von unserer Private Network. Superior Life ist etwas, was finanziell, mentalen und körperlichen Erfolg repräsentiert. Das heißt, anstatt, dass ich dann sage und mich hinstelle, yo, Leute, hier ist Superior Life, dieses Produkt und das Produkt und jenes und finanziell, körperlich, mentalen Erfolg, das finden wir super, das könntest du hier lernen, langweilig. Dann können wir aber, wir können was anderes machen und das wäre dann beispielsweise, dass man von Hinterrück etwas anfängt, damit zu assoziieren. Und wir sind, beziehungsweise wir stehen dafür, dass im Endeffekt jeder von Null auf lernen kann. Und was könnte man jetzt machen, um das einfach so geil zu gestalten, dass die Leute es verstehen, was damit passieren kann. Erster Clip, du bist traurig und bist auf der Arbeit oder was auch immer, weil das ist auch, sage ich mal, mehr oder weniger auf eine gewisse Art und Weise die Zielgruppe. Leute, die noch nicht genau wissen, wo es lang geht oder beziehungsweise die ein bisschen lost sind, die vorher schon 100 Mal gescannt wurden und was auch immer oder Sachen ausprobiert haben, gesagt haben, es ist Scam, weil die einfach die falsche Anleitung bekommen haben und so weiter. Also nehmen wir diese Leute, haben wir, die sind traurig auf der Arbeit und sitzen da und sind abgefuckt. Dann zack, kommt Superior Life, Notification, ey, du musst jetzt dies machen, du musst jetzt das machen, gib Gas, was auch immer. Und dann fängt diese Person an, sich körperlich auseinanderzusetzen, mental zu üben und dadurch dann sein Business aufzuziehen und finanziellen Erfolg zu erlangen beispielsweise. Und das wäre ein Weg, wie man das dann vor hinten so den klar machen kann, was für ein Potenzial dieses Produkt dann letztendlich hat. Nicht zu sagen, ey, du wirst hier Millionär und du wirst hier dies, du wirst hier das, sondern zeigen, okay, er war auf der Arbeit, er kriegt die Notification, das löst einen Trigger in ihm aus, er denkt sich, okay, krass, mich hat das jetzt beeinflusst, ich finde das cool, ich werde jetzt den Weg gehen. Und dann lässt man einen Weg laufen, wie er 50 Mal am Trainieren ist und 50 Mal am Grinden ist, 50 Mal dies und am Ende dann irgendwann mal den Reward bekommen hat, weil es ist 100% faktisch ist, dass wenn du die harte Arbeit reinsteckst, dass du auch das kriegst, was du willst. Das heißt, du kriegst nicht immer das, was du dir wünschst, aber du kriegst immer das, wofür du arbeitest. Und wenn du dann dafür arbeitest, was dann in diesem Video dann beispielsweise gezeigt wird, wäre das dann etwas, womit die Leute assoziieren könnten. Weil wir ehrlich sagen, du musst hart arbeiten, du musst hardcore grinden und dann ist das möglich und dann, aha, okay, cool, finde ich geil. Und danach könnte es dazu führen, dass die Leute dann letztendlich das Produkt kaufen oder was auch immer es ist. Aber man hat jetzt nicht gesagt, ja, Porsche Cayman S und hier wirst du reich und das ist die einzige Möglichkeit und was auch immer, weil das wäre dann wiederum Scam. Das machen dann Leute wie so Network Marketer und sowas, habe ich ja auch schon erwähnt. Und das ist dann das Problem, was da besteht, dass die Leute einfach ihren Ruch verlieren und das Unternehmen nur, ja, sage ich mal, ein bisschen am Laufen ist und danach wieder den Downfall hat, bumm, und weg vom Fenster ist. So. Weil du eben den Leuten etwas versprichst, das man nicht halten kann. Und das ist dann wieder das Problem. Wenn du den Leuten dann wieder etwas versprichst, wenn du dann wirklich etwas Extremes machst, und das nenne ich jetzt einfach mal VV, falsche Versprechungen, du machst es hier, dann führt das einfach wiederum dazu, dass die Leute dann hier in diesem Funnel dann eine Bewertung schreiben, wieder eine Bewertung schreiben von 1, von 5 Sternen. Und das führt dann wiederum dazu, dass all den Effort, den ich hier reinstecke, durch die Paid Ads, durch das organische Marketing, durch das Funnel Building, durch dies, durch bla, durch jenes, dass das alles weniger Power hat, weil vorher wir falsche Versprechen gegeben haben an den Customer, er nicht zufrieden war, 1, von 5 Sternen bewertet hat und dann auf Masse gesehen, wenn dann 20, 30, 40, 50, hunderte von Leuten mit 1, von 5 Sternen bewerten, ist das auf unser Produkt zurückzuführen. Und umso mehr Marketing wir machen, kommen mehr Customer dazu und Minimum 50% dieser Customer, der Kunden, werden sich im Endeffekt dann dazu entscheiden, sich das anzuschauen. Und dann hast du im Endeffekt, shit, so, oh fuck, ich habe die Hälfte der Kunden verloren, weil ich die falschen Aussagen getroffen habe. Und dann hast du doppelte Adspend, doppelte, sage ich mal, Effort in die organischen Marketing-Videos und so weiter und letztendlich dann einfach nur noch die Hälfte der Kunden. Aber hättest du keine falschen Versprechen gegeben, hättest du vielleicht nur halb so viele Kunden, aber dadurch hättest du dann nicht so viele, sage ich mal, schlechte Bewertungen. Dadurch müsstest du weniger Adspend und sowas gehen. Das heißt, wenn 100% Leute erreicht und 50% von diesen Leuten im Endeffekt die Bewertungen anschauen und nicht kaufen, ist es im Endeffekt ja verlorenes Geld, weil du bezahlt hast, dass diese Leute Kunden werden. Es gibt ja so, dass du beispielsweise 20, 30, 40, 50 Euro pro Lead bezahlst und jeder einzelne von diesen Leads sieht dann das beziehungsweise die Hälfte davon und kauft dann nicht. Dann hast du unnötig Geld ausgegeben. Aber hättest du einfach ehrliches Marketing betrieben oder beziehungsweise nicht überspitze Aussagen getroffen, dann hättest du weniger Geld dafür ausgeben müssen und hättest ein langlebiges Unternehmen, weil das wird sich häufen, das alles hier. Und dann hast du irgendwann mal tausende 1 von 5 Sterne Bewertungen oder schlechte Bewertungen, 2 von 5, 3 von 5, was auch immer es ist und dann kauft im Endeffekt keiner. Niemand mehr. Und dann ist dein Unternehmen im Eimer. Schlechte Bewertungen kennen wir doch alle. Es gibt auch die ganzen Kandidaten, die dann auf Trustpilot und wo auch immer oder auf Amazon dann sich gute Bewertungen kaufen und schlechte Bewertungen löschen. So, diese Kandidaten kennen wir alle, brauchen mal keine Namen droppen. So, genau. Also, jetzt einmal nochmal zusammenfassend. Wenn du gutes Marketing machen willst, dann musst du es erstens ehrlich machen. Ehrliches Marketing ist ein Begriff, der vielleicht für manche Leute cringe ist, aber ich meine jetzt nicht einfach ehrlich in dem Sinne, dass du 100%, ja, sag ich mal, straight gehst, sondern dass du versuchst, dein Produkt mit anderen Assoziationen, mit anderen Dots, die man connectet mit dem Verstand des Kunden so gesehen, dass du es so machst, anstatt dass du versuchst, dein Produkt einfach in den Himmel zu heben, obwohl es scheiße ist. Das heißt, du machst es ehrlich und zweitens, das Allerwichtigste überhaupt, um irgendwie Marketing oder was auch immer zu machen ist, also wirklich, hab ein gutes Produkt. Also, dein Produkt muss 100% die Probleme lösen von deinem Kunden oder ihn irgendwie unterstützen oder sowas. Aber wenn du ein scheiß Produkt hast, dann mach auch kein Marketing. Dann solltest du dich darauf erstmal konzentrieren, ein gutes Produkt an den Markt zu bringen, an den Mann zu bringen. Ansonsten macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil dann, wenn du, kannst dann auch ehrliches Marketing und geiles Marketing machen, wie viel du willst, wird aber im Endeffekt nichts bringen, weil wenn du ein scheiß Produkt hast, kommen die Leute dann wiederum dazu, zu bewerten und sagen dann, ey, das Produkt hat mir gar nicht weitergeholfen oder das Produkt war nur die Hälfte von dem, was ich erwartet habe. Er wollte mein Problem lösen, aber jetzt ist das Problem irgendwie größer geworden nach dem Motto. Dann kriegst du auch 1, 2, 3, 4, 5, sage ich mal, Bewertungen, die 1 von 5 Sternen nur ergeben. Und das ist ein Problem. Was wiederum dazu führt, wie gesagt, dass die Credibility einfach sinkt. So, natürlich. Es sickern immer Leute durch. Es sickern immer Leute durch, die nicht überzeugt sind, egal wie geil dein Produkt ist. Und du kriegst im Endeffekt dann 1 von 5 Sternen und die sagen, das ist kacke und ich habe mir mehr erwartet und dies und blau und jenes. Und das ist halt eben ein Riesenthema in der Hinsicht auf, dein Produkt muss auch in die richtigen Hände. Und deswegen auch da nicht einfach nur an irgendwelche Leute verkaufen, sondern auch an die Leute, die wirklich das Problem haben. Und dann letztendlich auch das volle Potenzial deines Produktes nutzen können. Und so sieht letztendlich Marketing aus. Das ist Marketing grob gesagt. Jetzt musst du dir nur noch überlegen, wofür steht dein Produkt, wie ist deine Markenpersönlichkeit und versuch irgendwie damit eine Verbindung aufzubauen, um somit auf dein Produkt zu funneln, aber ohne zu sagen, dass dein Produkt das allerkrasseste, beste und dies und blau und jenes ist, nach dem Motto. So, das kannst du natürlich sagen, wenn es wirklich so ist und du weißt in der Konkurrenz, also die Konkurrenz ist wack und shit, dann kannst du es natürlich machen, aber du kannst nicht etwas versprechen, was dein Produkt am Ende nicht halten kann. Und das ist letztendlich das Wichtigste, was du verstehen musst. Und ja, also sei ehrlich, wenn es um dein Produkt geht, sonst ist es nur halblebig. Also du wirst dann, keine Ahnung, ein paar Monate lang vielleicht ein Business führen und danach wirst du in dem Hate und in der Negativität so, sag ich mal, so heftig drin ertrinken, dass du da nicht mehr fit kommst und sorg dafür, dass du ein gutes Produkt hast und dann einfach nur dein Produkt gut zur Schau stellen mit Sachen, die wirklich dazu passen, womit du Emotionen triggern kannst oder Verbindungen zu deinen Zuschauern aufbauen kannst, die ehrlich sind und wirklich da sind und nicht einfach nur einen leichtgläubigen, ja, einen leichtgläubigen, verzweifelten Schichtarbeiter, sag ich mal, sein Vertrauen ausnutzen und denen sagen, ey, mit der Jeans kriegst du jetzt jede Olla um den Finger gewickelt oder mit diesem Produkt wirst du in einer Woche mit deiner Arbeit aufhören können oder was auch immer. So, weil das entspricht nicht der Realität und sowas wird nicht passieren, sowas existiert auch nicht. Und deswegen, da immer ehrlich sein, Freunde. Und wenn ihr das so angeht, könnt ihr natürlich immer ein bisschen feilen und dann könnt ihr euch sicherstellen, dass mit einem guten Produkt und ehrlichem Marketing euer Produkt auch wirklich langlebig sein wird und ihr auch zufriedene Kunden habt, Kunden, die dann auch letztendlich irgendwann zurückkommen, falls ihr ein Produkt habt, was immer wieder weiterverkauft wird, nicht nur One-Time-Payment ist, beispielsweise, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Service oder sowas, sodass du Jeans verkaufst, dann wird auch die nächste Jeans bei euch gekauft, das nächste T-Shirt, was auch immer es ist. Ja, und so sieht es letztendlich aus und so solltet ihr euer Marketing angehen. Und mehr braucht man zum Thema Marketing an sich auch eigentlich nicht wissen. Natürlich gibt es Strategien, Verknappungsstrategien, Testimonials und dies und blau und jenes. Natürlich, klar, aber das ist, sage ich mal, irgendwie bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich offensichtlich, aber das ist im Endeffekt das Wichtigste, wenn man darum geht, wie man den organischen Content und die Paid Ads gestaltet. So, Testimonials und Verknappungen und dies und blau und jenes ist dann im Endeffekt, ja, auch eine andere Sache, wo ich auch ein Video zu machen kann, wenn ihr dazu ein Video haben wollt, könnt ihr das gerne Bescheid, könnt ihr Bescheid sagen, ist auch schon bereits in Superior Live richtig gut gecovert da, kann aber auch nochmal für YouTube ein Video abdrehen. Ja, und so sieht es letztendlich aus. Deswegen, betreibt ehrliches Marketing und das Allerwichtigste, habt ein geiles Produkt, Freunde. Und so sieht es aus. Und so sieht es aus.